Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction, wir reagieren auf Bones MC, Hollywood Uncut, Finger voller Ringe, heißer Song, natürlich gehen wir auch eben in die Infobox, aber warum gehe ich da hin, weil ich drücke auf mehr ansehen und da würde ich stehen, Produced by the Crates, Mixed and Engineering by Lex Barcay, zack, Produced by the Crates, Mixed Master Engineering by Lex Barcay, so wie auch die anderen Songs, war eh klar, Ja Leute, wir machen weiter, mit Finger voller Ringe, Gold in der Fresse, habe ich ja gerade schon drauf, reagiert, checkt auf jeden Fall ab, auf welche Songs ich schon reagiert habe, das auf jeden Fall dazu, let's go, ich habe auch nochmal Lust, ich will mir die Songs eigentlich alle direkt geben, aber muss halt vorher auch auf Reaction drücken, what the fuck, okay Leute, muss halt Reactions auch aufnehmen, ich weiß nicht, ich gehe auf eure Vorschläge ein und wenn die dann durch sind, kann ich mir das Album aufentspannt geben. Okay, wieder der Standardpunkt, wo wir angekommen sind, ich muss öfter auf Pause drücken, sonst Video gesperrt, gar kein Bock, ihr wisst Bescheid, so, deswegen, ich hoffe, ihr könnt es verstehen, tut mir leid, dafür, aber ich kann das nicht ändern. Okay, natürlich wie gewohnt mache ich mich beliebt, wenn ich mitten nach dem Drop auf Pause drücke, kann ich nicht ändern, auf jeden Fall, ja man, bis jetzt kann ich noch nicht viel dazu sagen, aber ich bin sehr drauf gespannt, weil das haben viele vorgeschlagen. Junge, das ist so eine typisch Bounce Line, die muss irgendwie immer in der Hook, ja nicht immer, aber oft schon in der Hook vorkommen, die Viper und dann geht es in, ja, eine USK 18 Richtung, Lines technisch, immer, immer, wenn es um Frauen geht. Gold in der Fresse, Finger voller Ringe. Ich muss sagen, ich muss bis jetzt, Favorit würde ich sagen, Gold in der Fresse, von den nicht rausgekoppelten Songs, ne. Habe ich eigentlich gerade Finger voller Gold gesagt, falls ja, da bin ich auf jeden Fall komplett, keine Ahnung, komplett weg. Ich bin noch bei Gold in der Fresse. Und draußen wird's hell, ein Haufen faule Motel, doch ich bin drauf im CF, alles was ich brauche wächst zu Hause im Zelt und all die anderen Sachen kaufe ich mit Geld. Gott, gib mir dein Geld, mit dein Geld, besaufen doch... Oh, gerade das, die Stelle habe ich irgendwie gerade gut gefühlt, ich weiß selbst nicht gerade warum oder weshalb, aber es war gerade nice. Ich muss noch einmal die Hook hören, Leute, um wirklich fazitechnisch was dazu sagen zu können, aber bis jetzt irgendwie nichts, was mich enttäuscht. Und dann wieder auch typisch Bones Songs Aufbau, wenn die Line vorbei ist, kommt ja manchmal dieses, ja ich sag mal dieses mächtige Lachen von ihm, darf natürlich auch nicht fehlen. Junge, ich habe hier gerade die Hook gehört, hört ihr jetzt gerade hier auch und ich kann schon zwei, drei Wörter mit rappen. Also wenn das nicht heißt, dass die Hook mir gefällt, dann weiß ich auch nicht. Doch, Hook bleibt einfach gut im Ohr, bleibt im Ohr, hat Ohr, wo man will mit rappen, wenn man den Text komplett könnte, deswegen ist das eine stabile Hook. Kann man sagen, was man will, irgendwann ist Stimme, ne? Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall im zweiten Part drinnen. Ich natürlich als der predictende Boss sage, dass am Ende wieder mit DJ Scratch ein Outro und einem eingeworfenen Sample reinkommen wird. Auch ein bisschen typisch, ne, wenn Bones diesen Ton langzieht mit diesem Telefoneffekt drauf und Autotune so ein bisschen, während er rappt, hört man das einfach so im Hintergrund. Macht er ja auch öfters. Oh, die stelle Bruder, die hat mich gerade gut gepackt. Ah, boah, die war gerade Hammer. Die war gerade Hammer. An was hat mich das erinnert? War das von jetzt dem letzten Album irgendwas? Junge, jetzt beim dritten Mal hab ich's noch mehr gefühlt. Jetzt hab ich's noch mehr gefühlt. Nice. Stabiler Song, Junge, er liefert ab. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich hier schlecht drehen? Sagt mir. Ja, Digga. Jetzt sind wir gleich sowieso am Ende. Ich geh nochmal so ein Stück zurück. Fazit auf jeden Fall. Stabiler Hook. Parts waren auch nice. Flowwechsel waren da. Was soll ich sagen? Hat mir gefallen. Und jetzt sind wir gleich sowieso am Ende. Ja, auch immer bin ich reiß. Besoffen Donuts im Backstreet. Silikon und Rum mit Cola auf Jetskis. Hol mir keine Pro... Alter, der predikende Boss hat versagt. Wir haben hier kein DJ Scratch mit Sample drinne. Das tut weh. Und ich rap beefs. Gucke lieber Pornos auf Red Screens. Okay. Leute. Auch nice, dass es direkt dann zu Ende geht, sodass direkt der Song wieder reinkommt. Perfekt zum Stream. Kein langes Beat-Up-Gespiel oder sonst was. Leute, das war auf jeden Fall meine Reaction auf Finger voller Ringe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr das auf jeden Fall einen Daumen nach oben da habt. Abonniert den Kanal. Würde mich unnormal freuen. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.